Hallöchen meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Wildclipp und es geht weiter spannend. Immer noch da. Einen Fahrschein bitte. Dankeschön. Guten Tag. Guten Tag. Wollt ihr nicht mit da vorne? Echt nicht? Okay. Wollt ihr nicht mit der Bühne? Wollt ihr nicht mit der Bühne? Wollt ihr nicht mit der Bühne? Und ja, ich wollte noch sagen... ...dass ähm... ...dass ich eure Tipps jetzt befolgen werde. Ich werde den nächsten Ansagen machen, aber ich werde manuelle Ansagen machen können. Nur. Und ich werde nicht während der Fahrt sprechen. Nur während ich stehe. Okay? Dann befolge ich alles. Alles. Und viel Spaß noch. Weiterhin. Ich werde dieña' Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 an breiten Straße ok ich werde das jetzt manuell dann noch ansagen weil ihr euch das unbedingt gewünscht habt und ihr habt 14 Minuten verfolgt wir mal ja schnell nein das wollte ich nicht werden 14 Minuten 1,2,3,4,5 15 15 15 Minuten müssen wir erreichen es lädt gerade kurz ok alles klar können wir weiter es 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 was ist denn das für ein schreckliches euch hört ihr das auch das laufen die züge oh tatsächlich ein schöner IC glaube ich nee gar nicht sehen das ist doch mal was wir das ist hier Trains gibt wusste ich gar nicht aber auch egal wir haben ja Zeit wir haben ja Zeit nach einer Seite wir haben ja Zeit wir haben ja wir haben ja in der wir haben ja wir haben ja die Ich kann von da drücken, ist doch geil. Ich kann von da drücken, ist doch geil. Ich kann von da drücken, ist doch geil. Nächster Halt, Rathaus Spandau. Hey sorry, ich hab's falsch gesagt. Und da drücken, Rathaus Spandau. Hallo, ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Guten Tag. Danke. Einen normalen Fahrstatt. Bitte stopp, endlich. Nächster Halt. Gallenstraße. Okay. Ich soll nach links fahren. Und da ist keine Haltestelle. Da vorne sehe ich, glaube ich, noch so ein, ja, da hinten sehe ich noch so ein orangenes Schild. Ich glaube, ich fahre lieber da geradeaus weiter hier, statt links ab zu fliegen. Oh Gott, das ist ja jetzt immer mehr da. Vorher war es doch nur noch 1.1, jetzt 1.2. Vorher war ich mal. Vorher war ich mal. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Hast du nicht tatsächlich wieder um mein Fahrgeldbeschwert? Das war nicht das erste Mal, Kollege. Manometer, ey. Alle bestimmt hier Mathe-Profis. Ja, meine lieben Freunde. Und wie es dann weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Also, am kommenden Montag, viel Spaß und habt ein schönes Wochenende. Bye-bye, euer Y-Clip.